Viele elektrische Geräte erzeugen Wärme. Bei einigen ist dies ganz offensichtlich, wie zum Beispiel beim Bügeleisen, bei Fritteusen oder Toastern. Aber auch Lampen produzieren Wärme. Der dargestellte Brandversuch zeigt deutlich, dass die Temperaturen, die im Bereich der Leuchte entstehen, in der Lage sind, brennbares Material zu entzünden. Hierbei sind die Angaben der Leuchtenhersteller zu beachten, was die Sicherheitsabstände zu diesem brennbaren Material angeht. Besonders gefährlich sind Wärmestaus, die insbesondere bei vollständiger Umhüllung oder Umwicklung der Leuchte entstehen können. Die Temperaturen steigen dann über 400 Grad an, was zu einer raschen Entzündung führen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020